Milch und Eier direkt vom Bauern. So kaufen Verbraucherinnen und Verbraucher gerne ein. Möglichst nachhaltig und regional soll es sein. Das zeigt eine neue Studie der Universität Göttingen. Das Göttinger Forschungsteam hat zum dritten Mal Konsumentinnen und Konsumenten in Deutschland zu ihrem Einkaufs-, Ernährungs- und Kochverhalten gefragt. Zudem haben sie die Wahrnehmung der Krisenfestigkeit des Ernährungssystems während der Corona-Pandemie erfasst. Nachgewiesenermaßen gewinnen Nachhaltigkeitsaspekte und Regionalität für viele Menschen beim Lebensmittelkauf immer mehr an Bedeutung. Alle Ergebnisse dieser und der ersten beiden Studien sind auf der Webseite der Universität nachzulesen.